Ja, hallo meine Lieben, ein wunderschönen guten Abend und herzlich Willkommen zum zweiten Teil von Rezy 7 Biohazard mit Dennis in der Spukshow. Jawohl, jetzt mal ein bisschen früher von der Zeit her, aber macht nichts. Mich juckt das total in den Fingern, Freunde, also von daher, legen wir einen Geschnecken, los geht's. Ja, die aktuellen Speicherladenladen. Natürlich, was denn sonst, du Arsch? Ja, die Frau am Telefon, genau. Wir müssen hier auf den Dachboden, beziehungsweise ich habe auf den Dachboden abgespeichert gestern. Und ja, mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Also ich hoffe, mich kann man heute auch besser sehen. Das ist ein bisschen besser mit Leuchten, das ist doch wunderbar, klasse. Ne? Deswegen sagen wir, ahoi. Ahoi, nicht tot. So, bevor es jetzt aber weitergeht, los geht's. Äh, los, weiter gehen. Wie gesagt, mit den Stinkbolzen. Also das heißt Stinkbolzen, die die einstinken, habe ich, was ich schon gestern sagte. Also ich finde die total cool. So, F, weiter. Alles klar. Meister Brabber mit viel Glanz und mein Schatten hat kein Schwank. Alter. So, müssen wir jetzt doch wirklich runtergehen, Freunde. Alter, ich will das nicht, echt. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Oh, mein Kader ist aufwach. Ja, haut auch schon mal ab. Ja. Ähm, ist die Frage, wo, wo lang? Äh, von da kam er ja eben. Was? Hallo? Das ist jetzt die Frage, wo lang? Durch die Küche wieder oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, Mann. So, Zeitungen brauchen wir ja nicht mal lesen. Was ruckeln hier so beschissen? Alter. Ach, du. Hallo? Alter. Was soll das? Was das? Ich hasse das. Aber mal gucken, was wir hier im Schrank finden. Genau. Äh. Ach nee, wir müssen ja... Das Ding, wir den Wollzelschneider aufmachen. Jo. Einmal knack. Klick. Ich hoffe, hinter mir kommt jetzt keiner. Die Sicherung! Hammer! Hallo? Hallo? Du stinkst. Hääää! Ich krieg schwer Gänsehaut an die Beine. Das war doch grad die Alte eben, ey. Alter, das ist doch nicht... Nee, Scheiße, hier kommen wir nicht weiter, Mann. Wir müssen wohl wieder zurück. Was ist das denn, Alter? Was soll die Scheiße? Du blöde Kuh, willst du mir einen Lockout verpassen oder was? Oh, ich hab einen Erx, Madame. Alter, lass die Scheiß-Geräusche nach. Und auch noch in der Dunkelheit, ey. Mann, 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 Mann. Hä, wo war die denn? Hat die sich da versteckt, die, oder? Ey, das ist doch... Das ist doch nicht normal, Mann. Ist die jetzt da oben, oder? Ist ja hier langgegangen, die Schnäpfe. Ey, Alter, wo bist du? Dumme Kuh, Alter. Ich schau dir in die Fresse. Hä? Wo ist... Ah, das ist so scheiße. Das ist so scheiße, dass man hier die Tür nicht zumachen kann. Safe is safe. Na ja, kommt da doch nicht da lang gelaufen. Da war das ja wohl nur in der Demo. Ja, aber zumindest haben wir jetzt die Sicherung. Die können wir jetzt endlich mal da reinstecken. Und jetzt müsste eigentlich auch das Licht brennen, normalerweise. Äh, nee, sie brennen nicht. Warum? Warum das denn? Alter. Tu mir nichts, tu mir nichts. Ich hau dich nicht an. Ich bin der Schlitzer. Alter, ich... Komm mich gar nicht raus zu gehen. Ich halte schon mal die Axt bereit, ey. Komm raus dahinter. Alter, wer fällt da, ey. Was ist denn los hier? Hallo? Bambusta! Nee. Ich trau dir nicht. Du, ich hab's gewusst. Was nicht tun dürfen. Das ist das, verdammt well. Echt? Oh, oh, oh. Oh. Alter, von welchem... Von welchem Baumark hast du dir denn gekla... Nee. Das ist... Ist das jetzt eine Kettensäge oder was? Was ist das? Was? Nimm die Scheiße raus. Nimm die raus, du Arsch. Alter. Nimm sie. Nein. Nein. Äh. Sie hat mein... Jetzt lacht sie mich auch noch aus, hier. Äh. Da. Da. Hm? Alter, Junge. Ich verspreche. Äh. Alter. Nee, doch. Die trau ich doch im Leben nicht mehr, du kleine Bitch. Alter. Mmh, lecker. Und dass der Typ nicht mal schreit, also. Alter. Oh, hegt die Hand auf. Oder... Hä? Oh, Mann. Hand. Aufheben. Alter Schwede, ey. Hand untersuchen. Ja, schön, aber... Drehen ja toll. Guck, guck. Ey, Alter. Guck, guck. Alter, ich komme. Boah, lecker, ey. Was ist das in der Schabracke, Alter? Ich weiß gar nicht, kann man... Oh, mein Gott. Äh. Ich möchte ganz gerne... ...meine Axt wieder haben, ja? Danke. Nehmen. Nein, ich kann sie nicht nehmen. Näh. Das ist... Ich kotze. Ich kotze ins Essen. Das gibt's doch nicht. Alter. Der, der kommt über der Kettensäge an, die Bitch. Wo ist die denn jetzt hin? Die blöde Nuss, Alter. Ey, du Bitch. Wo bist du? Hallo? Hallo? Oh, alter Verfalter. Und jetzt? Will ich ganz gerne erst mal speichern? Erst mal speichern. Erst mal speichern, Freunde. Erst mal speichern. Scheiße, Alter. Das ist heute aber Vanille-Geschmack. Welche Apfel? Oh. Neue Speichertaten, bitte. Ja. Ja. Na klar. Alter, was ist... Welche Tür ist denn der jetzt aufgegangen, Mensch? Okay. Ähm. Mädel. Lass mich in Ruhe. Komm mal auf den Dachboden. Alter, was soll ich auf den Dachboden, Mann? Soll ich doch auch die Motten duzen, oder was? Wie viel da schon der... Die linke Hand. Hallo? Bitch. 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 Mach die Tür zu, Alter. Ey, ich hab da mal kein Porta. Mach die Tür zu. Ach, scheiße. Ich hab doch nur noch ne rechte Hand. Boah. Doch, das war hier gewesen. Von der Demo, ja? Was? Wie? Ja, und was soll ich jetzt... Boah. Erste Hilfe ist immer gut. Was ist das? Pistolenmunition. Ja, Mann. Das ist doch mal ein schönes Feuerzeug, Freunde. Ja, okay. Leider, ja. Das tut mir leid, aber irgendwie... Muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht. Muss ich mal gucken, ne? Dass ich da rauskomme. Naja, mal gucken, ne? Jetzt bin ich... Oh, die sind poppen, Alter. Magazin ist immer gut. Huch. Das ist doppelte Letcher. Wenn ich jetzt hier lang gehe, ich weiß nicht. Guck mal die umkippen. Ja. Kipp um, Alter. Vor grad schießen, aber die Munition, die spare ich mir lieber. Kann man hier auch gucken. Ist hier auch noch Muni... Ja, Mann, hier ist auch noch Munition. Sehr schön. Munition ist immer gut, Freunde. Immer vorher gucken, vor allem... Oh, da ist ne Luke da oben. Aber was soll ich jetzt auf dem Dachboden hier? Hm? Alter. Ah, da oben rauf, oder? Wie sieht's aus? So, gucken. Hall. Ich hab mich aufgeräumt, Alter. Was ist so schneller, du Arsch? Komm her. Du Fotze, Alter. Oh, shit. 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 Halt's mal. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Lade nach, du Arsch. Lade nach. Lade nach. Schneller. Oh, Alter. Du Fotze. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich liebe dich. Ja? Wirklich? Du liebst mich? Du liebst mich? Du liebst mich? Bist du verrückt? Weißt du, was du machen wolltest? Du wolltest mich kassieren. Und gerade ist diese Schamhaare hier von dem Charakter. Oh, shit. Rasieren. Alter. Ja, aber... Ja, hallo Arschloch. Aua. Du kleiner... Hä? Ach, du warst aus dem Keller, du Fotze. Jetzt erkenne ich auch mal deine scheiß hässliche vergammelte Hose. Errungstab freigeschaltet. Wunderbar. Willkommen in der Familie. Hahaha. Junge. Ach, Alter. Ganz schön hartnäckig. Hä? Oh. Alter. Was? Die Mia nimmt jetzt auch mit? Komm schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Hä? Du hast Arbeit zu erledigen? Stirb uns nicht weg. Hä? Was hat die mir erst da verpasst an der Hand? So eine Tick-Tack, oder? Wo bin ich? Was zur Hölle? Ach, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Ja, wer sind sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man sie unter die Nase reißt. Oh, Christ. Gott! Da kam es halt nicht schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Margarit. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los, jetzt. Komm, ich holen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mist, oh Mist, oh Mist. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Alles verdammte Baumeister. Ich hab das für ihn gemacht. Du bist ein Mist, Gerl. Ich kann es nicht glauben, Mist, Gerl. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Ja. Komm schon. Verdammt nochmal. Ich wette, es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine. Ich komme zu dir zurück. Ich komme zu dir zurück. Alter, wie kann man nur? Ich muss hier raus. Das sind gar nicht Ball, Mann. Großmulli, kannst du mir helfen? Oh. Hau ab, Kenny. Mein Kader ist gerade auf. Geh weg. Nicht jetzt, süßer. Nicht jetzt, bitte. Das wäre nett. Umi, kannst du mir dein Rollstuhl mal leihen? Alter, was? Was habe ich jetzt? Habe ich überhaupt was im Inventar? Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts im Inventar. Was denn los hier? Du Scheißtuhl. Umi, geh nach Hygien. Hallo? Alter, was? Ey, das ist doch... Was zur Hölle ist... Der unverhüllte Abgrund. Cliff R. O'Brien. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Doveley reisten und seitdem unaufhindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Henry Stickland und Clancy Javis. Die drei produzieren Videos, ach die, für das Internet und waren nach Doveley gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Ach so, alles klar. Jetzt habe ich zumindest mal einen Bericht gelesen. Wie nett. Ah, Pistolen-Munition ist immer gut, Alter. Wenn ich das passende Feuerzeug finden würde hier. Ne Kraut? Ah, zum Heilen, ne? Hallo? Ja, ich habe meine Hände wieder. Wie geil. Naja, man kann doch mit links wichsen eigentlich. Das stimmt. Ich will wieder Ausdrücke hier. Gut. Weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Verwendung des Objekts? Was denn für ein Objekt? Kraut? Kann ja nicht benutzt werden, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist nichts. Okay, ich lasse die Schubladen mal auf, weil dann weiß ich nämlich ganz genau, wo ich schon gesucht habe. Na Gott, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Ist ja Pistolen-Munition. Alter. Na ja, Omi. Sayonara, lass dir schmecken. Ich haue jetzt ab. Nicos Hardware, Säge, 24, Seil, Tierhalsband. Hoho. Alles klar. Und Omi sitzt da ganz gemütlich. Das müsste auch mal ein schönes Haus gewesen sein hier eigentlich. Alter Schwede. Wie ein Kalender hier. Ha. Rot durchgestrichen. Das sind seine Tage, wa? Hm? Ach so. Ich würde sagen, wieso. Oh, alter Schwede. Jo, schönes, kühles Bier. Hm. Viagra-Pilm gekühlt und... Was das da ist, ey, wie... Alter, ey. Ach, na ja. Machen wir mal schön wieder zu hier. Wie unappetitlich. Hahaha. Alles klar, abwischen muss auch mal wieder. Der Kaffee, ey. Ich bin da jahrelang noch rum. Na ja. So, und wir haben Müllkammelnrunde. Wollte ich mal sagen. Den Kühlschrank öffne ich nicht noch mal. Hä? Spaghetti? Spaghetti? Hahaha. So, und wir wollen mal hier lang gehen. Das wird mir hier noch schönes. Ach, du Lepko. Alles klar. Da ist... Da ist ein Boden. Kommt man da ran? Nee, natürlich nicht. Da braucht man einen Schlüssel. Alter Finne, ey. Jo. Okay, dann müssen wir ja wohl hier raus, ne? Tschüss, Umi. Mach's gut. Na gut. Ich würde auch mal drücken werden. Man sollte auch die Feuertaste drücken. Okay. Lass uns hier raus. Garage. Du Scheiße, Alter. Garage. What? Ja. Mit etwas zerstören, das wäre mal nicht schlecht. Garage, ja. Das ist ja schön und gut. Garage. Wollen wir mal in die Garage laufen? Hä? Hill. Auf jeden Fall schon mal gut abgesichert, der Knorbel. Hier, wenn man in der Hand nicht entfernt werden kann. Haha. Scheiße, Alter. Ich hab da keinen Bock drauf. Muss ich da wirklich lang gehen, da jetzt? Hey, Freunde. Hey, ich spüre da irgendwie eine Schütterung. Das kann hier nicht verwendet werden. Hä? Na gut. Scheiß drauf. Nein. Geh raus. Was ist hier? Baaah. Okay. Wof, wof. Was zur Hölle? Alter. Junge. Hallo? Schön. Das ist ja die Küche hier. Leck mich doch am Arsch. Aber. Garage. Garage. Alter. Verfalter. Das ist verschlossen von der anderen Seite. Ja toll. Und nun? Muss ich jetzt machen? Hallo? Scheiße. Scheiße. Alter. Was kommt der jetzt hier her? Alter. Oi. Liege. Scheiße. Alter. 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 Der kommt doch jetzt hier etwa. Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon scheuchen? Ich? Wieso ich? Ich doch nicht. Lass mich in Ruhe! Fick dich! Fick dich, du Hurensohn! Fick dich, du Wichser! Fick dich ins Knie! Verpiss dich! Verpiss dich, Arschloch! Hinder mir! Schacki! Schacki! Lallakai! Lauf, du Arsch! Du verschwendest deine Zeit! Deine Mutter verschwendet die Zeit, Alter! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Du hässlichen Stück Scheiße, du! Kack die Wand an! Du kannst mich mal! Drecksack! Komm, du nicht angehen! Nein! Kein Schlüssel! Weißt du was? Scheiß drauf! Ja, scheiß du noch drauf, Alter! Was ist los mit dir? Junge! Was? Hast du Paranoia, oder was? Wie komme ich jetzt? Nein! Ich will keine Bilder angucken! Nein! Wie komme ich jetzt? Dauert nicht mehr lang! Dann find ich dich und leg dich um! Halt dein Maul, du Bastard! Wo willst du mich denn finden, hä? Bastard! Geh mal kacken, du! Schlüssel, ja! Kellertrimme, sehr schön! Die scheiß Schlüssel, Alter! Oh nein, die gibt's kein Schlüsselloch! Ja, kannst du wirklich? Dann komm doch mal her, du kleines, süßes Arscheluch, du! Ich werde dir deine Paperts mit deiner eigenen Zaufelein in deine hässliche Fresse recken! Ballern! Meine Frage ist... Hallo? Alter! Ich will ganz gerne mal speichern, hier, ey! Ich will ganz gerne mal echt speichern! Warum? Was hab ich denn getan, wie gesagt? Huch! Transportbox für Tiere, okay! Alter, muss ich jetzt hier langlaufen noch, oder was? Ey, sonst hat der Typ keine... Schmerzen, ne? Muss ich da jetzt... Kann ich mit dem Ding fahren? Antike Münze? Cool! Immer her damit! Ne, schade, mit dem Ding kann ich gar nicht fahren! Ne, den hätt ich gerne mal umgenietet! Oh, Arschloch, Alter! Hau bloß ab, du Stück Scheiße, ey! Was? Hallo? Hallo? Komm mal hoch hier! Was? Was? Was denn? Speicher, geil! Oh, Freunde, herrlich! Neuer Speicherpunkt, bitte, ja! Ja, Speicherdaten, bitte! Ja! Alter! Ich hab ja nicht zu trinken gerade! Für eine Scheiße! Ach, ich liebe diese Gerüche, Alter! Karte des Haupthauses! Ja, wie schön, dass man darauf erkennt! Okay, hier ist ein scheiß Telefon! Ein Hürerschein! Ah! E-Mail schon! Ah! Okay! Es gibt hier noch ein Sonderangebot! Oh, ein Telefon! Kraut! Und? Kraut! Hm! Kraut, von X! Ich komme gleich zu dir! Ich hab das denn, um mehr dazu kombinieren! Okay! Kombinieren! Ah! Ja! Und? Jetzt? Kraut! Kombinieren mit Kraut, oder was? Frist er jetzt etwa, oder? Naja! Lass uns mal den Hörer abnehmen, nicht? Hallo? Stückseiße hier, du? Hallo? 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 Alles, Fuchs! Komm, nicht auf! Scheiß drauf! Gibt's die Porno-Hardline wohl nicht mehr! Mann, Mann, Mann! Oh! Ne Kiste ist immer gut! Was ist das? Ja, toll! Mach mal auf den Scheiß! Oh! Ein Dietrich! Das ist doch immer gut! Hui! Kann man den nicht wegschmeißen? Kann man leider nicht! Na, Dietrich ist immer gut! Ich hab nur keinen Bock, wenn ich jetzt da rausgehe! Das hat irgendwo lauert! Ey, geil! Eine Bänkerlampe noch! Haha! Alter Schwede! Na gut! Augen zu und durch! Langsam! Entriegelt! Wie schön! Kann man die wieder verriegeln! Hallo? Und jetzt? Gut gemacht, Jason! So, ich stimm's! Wer zum Teufel sind diese Leute? Stell und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst! Du musst aus dem Haus raus! Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle! Okay! Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex! Verwirr nicht! Er ist wichtig! Hm! Die Tante ist gut! Die mag ich! Hm! Ach, Alter! Die ist wohl doch nicht so ganz verkehrt! Puh! Saban wollte ich nicht! Hm! Hm! Hier schon wieder? Bitte nicht! Lauf! Lauf! Ich lass da ein Typ mir am Nacken dahin, Alter! Nein! Das mit Klebeband gesichert! Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich hätte gerne Angst! Ich hätte jetzt echt gerne Angst! Wo ist denn Oma hin? Wo ist denn Oma hin? Kann man den hier kombinieren vielleicht? Kraut? Nee, warte mal! In der Münze? Ach, leck mich doch am Arsch! Das gibt's doch nicht! Durch die... Durch die Halle, ja! Ach, mein Mann! Gott sei Dank, Alter! Durch die Halle, ja! Oh, Mann! Hast du mich... ...verjagelt! Ich muss eigentlich speichern lieber nochmal! Aus dem Haus fliehen! So, überschreiben wir einfach mal! Fertig! Die paar Minuten, ne? Mann, den Kohl auch nicht fett! Okay, Augsund durch! Los geht's! Alter Schwede! Hallo? Ich hab'n Männchen nach vorne! Der kann mir nicht zu! Dietrich! Ah! Das ist doch... Der kann ja nicht verwendet werden, Mann! Was zum Henker! Dietrich! Ja, nochmal Dietrich! Hier gibt es keinen Schlüssel, oder? Das ist ja... Das... Ach, hier fehlt so'n scheißbehinderte Stück, Mann! Wo soll man den dann bergen, bitte? Naja, gut! Den finden wir schon, Freunde! Den finden wir schon! Keine Angst! Irgendwie werden wir den schon finden! Auf jeden Fall haben wir jetzt erst mal Ruhe! Superballs! Na, wo bleibst du denn mit der scheiß Schaufel? Okay, hier ist ne scheiß Jacke! Ja, die fährst du auch noch an, oder was? Bist du eklig? Ich weiß, ob der noch Sackkratten da hat! Boah! Perkel! Ich dreh das Ding jetzt einfach mal! Was ist, alter Schöne! Hohoho! Der Kerl ist doch echt... mies! Ich behaupte ich mal! Na gut! Ein Dietrich! Alles klar! Ein Dietrich! Wie sieht es mit hier aus? Huch! Geschirr! Alles klar! Gut! Keine Schöße! Nix Bares für Rares! Auf jeden Fall war eben noch so ein Schrank! Aber das war hier, glaube ich, gewesen! Naja! Genau! Ah, da ist das ein Bulle oder Wett? Das ist... Was ist? Genau, da war hier, ne? War da hier? Ne, ja, warte, ich komme gleich! Ich komme im Laufe des Tages, ja? Also, immer locker dahinten, na du! Like, Fleur me! Wann? Was ist das hier? Ne, wo war ich dieser Scheiß-Schrank? Ich war ja schon... Guten Morgen, Dennis! Halt's Maul! Wann ist dieser Schrank? Und hier Dietrich? Na gut! Wollen wir mal zum Fenster hin? Ich weiß nicht, ich weiß nicht! Da! Hey, hier drüben! Ja, was ist? Hi! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermischte Personen erreicht. Sie verstehen nicht, ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich! Sie hören mir nicht zu! In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen folgendes, Sie scheinen Sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden Sie. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole! Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie, Officer! Hey, Deputy. Genau. Deputy. Herr Officer Deputy, ist doch scheißegal. Wollen Sie mein Name in Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie in Hells sein, um mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie's. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Fuck you. Was soll ich mit einem Messer? Kann man auch viel anrichten. Dann gehen wir zur Garage. Collision. Ah, jetzt kann man... Ja, Pistolenmunition. Und hier? Hm? Scheißgarage. Scheißgarage. Scheißtyp. Wenn ich jetzt hier rauskomme, kann man hier aber... Schade. Cooles Rambo-Messer hat er. Okay. Auf geht's. Ach. Huch! Alter, ziemlich verjagt, wo ist... wir müssen hier raus verdammt zuerst erzählen sie mir was hier draußen so später alleine machen ich was ist mit ihnen machen sie ihren job und antworten antworten sie endlich sie würden mir nicht glauben wenn ich ihnen erzähle die einzelnen von euch um lauf 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 alter du missgeburt lass mich in ruhe nein 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 jetzt ist doch mal hier du behinderter bastard alter bist du bist wahnsinn sondern schieß ihn nur seine fresse doch scheiße frau heiße oder keine munition ohne schüssel geht es nicht der typ für mich was mich in ruhe ja woher was mit ihr nicht richtig und ein scheiß so mit dem wo dazu bis zum nächsten Jahr was ist das so schweiß so erledigt glaubst du dass du hinkist Na komm! B-b-b-b-b-b! B-c-vagen-schlüssel endlich! Nein! 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 Kein Schlüssel! Nein! Ja, wie schön für dich! Aua! Nicht mich! Aua! Es tut doch weh! Oh! Wieso? Oh! Was ist jetzt ein Fresse? Oh, was... Fangen wir an, so laufen! Alter! Das mässer mal! Alter, noch nicht! Alter, was ist das denn? he- 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 heh! Aua... Uuuhuh... Alter! ich hau hier in die fresse plateau wo ist die munition der jetzt aber von munition hast du bastard alter was ist das für ein typ noch die schönen türen Alter, dieser behinderte Wichsarsch. Boah, Freude, Alter. Das geht ja. Boah. Neustart. Scheiß drauf. Wir hätten aber schon denen in den Kampf helfen können. Ja, toll. Blanken mit Space. Ja, Zielgenauigkeit. Ich weiß. Auf dem Ausrüsten. Ja, Objekte kombiniert. Weiter. Mann. Jut. Gibt's doch nicht, ey. Alter. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Torf. Stopp. Scheiße, ich werde jeden Einzelnen von euch rumblehen. Scheiße, ich werde jeden Einzelnen von euch rumblehen. Scheiße, ich werde jeden Einzelnen von euch rumblehen. Geh durch! Juhu! Geh doch! Nein! 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 Was ist los, Junge? Keine Munition, ja? Das ist los, Junge. Keine Munition, ja? Ihr hab ich nicht, aus. Ich steu' jetzt gleich live an, oder? Ja, wo ist ab, du scheiß Arschgeburt, du, he? Eika, komm mal her, du! Komm her, ich bin hier! Ja, komm her, du Scheiße, he? Was ist los, he? Komm her, du! Ach so, was? Ja, willst du mich haben, he? Könntest du mich... Und tschüss! Ja, ja, du mich auch! Hihi, das sieht spaßig aus! Das ist doch dein Auto, oder? Ah! Ja! Ja! Du Kleiderpädter, du... Ja! Ja, nimm das, Alter! Ja! Hm... Ja! Ja! Wo ist der denn hin? Wie bitte, was so? Boah! Hohoho! Mist! Das ist auch nur Eber! Du musst fangen auf! Scheiße! Wie fährst du, du Arsch? Oh Gott! Beenden wir das? Du und ich! Dir geht's gut, ne, Opa? Oh ja! Wollen wir ne Spritztür machen? Nein, 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 nein! Scheiße! Boah! Was zur Hölle? Äh... Opa? Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Meine Fresse! Kleine Missgeburt, alter! Oh! Shit! Was denn? Das Ding! Das Ding! Das Ding! Explodiert, oder? Was ist los? Was? 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 Ich? Scheißkerl! Geht's gut? Aua! Nein! Nein! Ich bin! Ich bin! Oh! Das Ding! Blöder Rotzlöffel. Alter. Ja. Lass mal heilen. Alter. Und jetzt würde ich ganz gerne das Messer nehmen. Bitte. So, Alter, jetzt bist du... Tut mir leid, aber jetzt... Will ich dich, ey, mal ruhig hier schlitzen. Arschloch. Da, auch nur noch zack. So. Da oben lang. Mal gucken, vielleicht finden wir noch etwas hier. Ritter, Schwede. Oh, ho, 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 ho. Alter, Finne. Was? Boah, ho. Scheißauro. Der Kopf vielleicht irgendwie nix. Ach geil, Bistolenmunition. Das ist immer gut. Lecker, ey. Arme Bulle, Alter. Ach, lecker, ey. Naja, zumindest ist der Arsch da jetzt endlich mal down. Mein Gott. Guck mal jetzt. Es kann doch nicht mehr. Sag mal, verreckst du überhaupt noch? Dein scheiß Leben? Oh. Ja, endlich. Endlich. Freunde, er ist tot. Cool. Und jetzt sind leider wieder hoch. Danke. Guck mal, ich pisste mal auf dich. So. Da ist das Ding. Das ist doch das fehlernde Ding, was wir brauchen. Mehr untersuchen. Ah. Guck mal hier. Guck mal auf den Scheiß. Ah. Ah, sehr gut. Und? Ochsenstatue, da ist sie. Endlich. Gott sei Dank. Was ist das jetzt hier für ein Scheiß. Gut. Oh, die ganzen Motorräder. Alter Schwede. Der Vogel ist doch echt krank. Aber. Aber. Ich schau mal vor. Mal bitte nachladen. Erst mal. So. Jetzt haben wir zehn Schuss. Oh. Endlich raus aus der Garage. Meine Frisse. Boah. Gut. Den Typen sind wir los. Das ist gut. Dann bin ich beruhigt. Erleichtert. Jetzt fällt das Abendessen aus. Nein. Oder. Doch. Stimmt. Dietrich. Ja, hier war das. Genau. Ja. Mal auf den Scheiß. Immer gut. Also für sowas ist man dankbar. Da macht man auch gerne mal die scheiß stinkende Schublade wieder zu. Gut. Dann lass uns jetzt endlich mal. Das ist für die scheiß Tür da hinten hin. Ha, ha, ha. Alter. Super. Ja, endlich. Wo ist dieses scheiß Ding da? Boxenstatue. Jawohl. Geschafft. Endlich. Geschafft. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, geil. Das Haupthaus ist das hier. Oh ja, jetzt geht die scheiß Tür wieder zu. Auf jeden Fall. Bisschen was untersuchen hier. Was ist das denn? Schieße auf mich. Schieße auf mich. Und dann? Nee, das werde ich garantiert nicht tun. Ich kann mich abstechen. Gut. Ich vergolde doch keine Munition, ey. Wer bin ich denn? Was ist das denn? Schieße drüber. Jo. Und hier? Nix. Artikel, Münze. Ach, nö. Ja, Madame, warte doch bitte erstmal, ja? Ich möchte erstmal Gegenstände einsammeln. Oh, Bändel. Da haben wir es ja. In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Und Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen McIntyre eingeleitet wurde. Eine College-Studie aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Das Lesen macht mich so nervös, Freunde. Nimmt mir das natürlich übel. Aber dieses Lesen macht mir wirklich einfach nur irre. Okay, ähm, komm ich denn jetzt eigentlich wieder hier raus? Ja, sehr gut. Weil ich will nochmal ganz kurz zu der Spieluhr hin. Weil wir haben ja jetzt die Pendel nämlich. Das ist schon mal gut. Boah, wie wichtig. Wo ist denn diese scheiß verkackte Uhr, Mann? War doch hier, ne, irgendwie. Ja, die war mit diesem Baum sehr gut. So, hier hast du deinen Scheiß, Alter. Da ist das Ding. Bitteschön. Ja, weißer Hundekopf. Sehr schön. Sehr gut. So, dann lass es wieder ganz schnell in die Halle. Das Telefon müsste ja gleich wieder klingeln. Oh, sehr schön. Ab in die Halle wieder. Alter, Schwede. Macht es auf. Sehr schön. Gut, hier nur vielleicht irgendwas auf dem Tisch liegen hier. Äh, Alter. Ich meine, der hat echt ein geiles Haus, ey. Das muss ich mal sagen. Der hat echt ein verdammt geiles Haus. Bitteschön. Ah, Skyhunter. Okay. Und. Okay. Skyhunter. Alles klar. Halt. Zurück. Oder nee. So. So. Ich weiß es gar nicht. So. So. Wie. Drehen. Wie. Drehen. Oh, so. Nee. So. Nee. Nee. So auch nicht. Skyhunter. Das muss passen. Das muss passen. Das muss passen. Das muss irgendwie passen. So. Dann irgendwie oben so ein bisschen. Skyhunter. 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 Ah. Okay. Doch so rum. Doch so rum. Nein. Ein Stück zurück. Oh nein. Hallo. So rum. Wie macht man denn jetzt hier ein Greifpol oder sowas? So. Stopp. Und dann so drehen am besten. So drehen. Irgendwie muss man das eigentlich so hinkriegen. Nee. Das ist... Okay. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt so mache? Wir haben doch diesen Mund hier. So. Das hier müssen eigentlich Krallen sein. Nee. Hm. Das ist Rätsel. Das lösen. So? Nee. Egal. Lassen Sie sich mal auf das scheiß Telefon gehen. Mal sehen, ob die Alte da wieder anruft. Hm. Mal sehen, ob die Alte da ist. Mal sehen, ob die Alte da ist. Mal sehen, ob die Alte da ist. Ich würde mal sehen, ob die Alte da ist. das ist dein vater es tut mir leid aber er ist jetzt tot was was hinbekommen ich kann es jetzt nicht erklären du brauchst vielleicht irgendwelche schlüssel aber du musst einen weg aus dem haus finden ok ich will mich wieder und solches gut wie bei mir das erste ist schon mal und jetzt brauchen wir noch ein teil sogar zwei von denen alles klar gut dann gucke ich hier trotzdem noch mal auf jeden fall fehlte nämlich was skyhandser jäger der lüfte das gemälde zeigt hallo einen hund der bellend aufschaut ja das ist schon mal das ist doch schön für dich gut dann lass uns mal hier rein oder wie sieht es aus was ist denn jetzt los kollege was hast du angerichtet hier hast du scheiß münze das passt nicht wie bitte was soll denn da passen willst du meine knarre haben hier nimm hast nicht alles klar verschlossen was ist wenn ich jetzt hier nicht drauf ballern weißt du was nun doch erstmal deine scheiß knarre wieder hier bitteschön da vielen Dank so scheiß drauf nehmen wir uns jetzt am besten unsere so kommt die alte jetzt her bitte gut auf jeden fall würde ich mal sagen erstmal jetzt einen speicherpunkt finde ja gut ich vertraue dir öhmchen gut was haben wir denn hier drinnen alles klar football bild cool vielleicht ist das hobby des vaters echt meinst du ich bin dein vater da ist reagiert ein schlüssel oh cool geil biertisch was hat der freckl für eine villa hier hab ich ja keinen schlüssel für den scheiß was hat der für eine villa der freckl mann antike münze ja da hat sie margherite bring den hippie mistkerl den wir gefangen haben von der halle zum bearbeitungsbereich schön wäre ich schönen guten tag liebe leute auch nicht schon wie ja auch nö schön wäre jetzt mal echt ein speicherpunkt aber bevor ich jetzt wie die schlüssel 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 immer gut immer gut biebel blauer hundekopp da ist er sauber da ist er sehr schön gut gucken wir hier nochmal und dann gucke ich unten das wird auch nochmal schnell speichern alles klar scheiß drauf ich bin schon langsam in der überlänge wieder ich hoffe nur dass ich gleich da irgendwie so ein beschissener harzgob um die ecke geschlichen kommt auch ein cooler wohnwagen na gut ach die olle alles klar dann würde ich sie auch nicht mal weiter stören ja dann gehen wir jetzt mal runter speicher mal würde ich sagen nee hier ach halt die Schnauze das zu verdienen mein Fräulein ist nur die Frage der Hässlichkeit bei dir also jo oder nee in die Küche hier ist nochmal die Küche oh was ist das denn hier was ist das denn hier ah guck mal ich habe schon wieder auch was gefunden hier na gut erst einmal durch die Stahltür in die Küche speichern und dann würde ich mal sagen dass ich an dieser Stelle mal die Folge hier beende Freunde so wo war denn Moment mal äh ach ja stimmt war das hier nee hier war das nicht Scheiße wo war denn jetzt der Kassettenrekorder oh man jetzt habe ich zu fassen wo war hier der Kassettenrekorder ah hier war der genau ja Freunde das war's hier Teil 2 hier von Resident Evil 7 bei Orasat mit Dennis Spuksho ich würde mal sagen wir machen jetzt mal einen Cut hier speichern schnell und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Freunde also vielen Dank fürs Zuschauen liken und abonnieren nicht vergessen und haut rein ciao euer Dennis